Willkommen zurück zur Demo. Wir haben unseren ersten großen Boss erledigt. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit die Demo jetzt noch weitergehen wird. Oder nicht. Wir haben jetzt auch nur einen Gang hier noch. Siehst du, sagt er jetzt eigentlich was anderes, dass wir ihn noch kurz testen. Nö. Wie sie sehen, sehen sie nichts? Okay. Noch eine Kur. Würde eigentlich nicht viel Sinn machen, wenn es nicht doch noch weitergeht, oder? Okay, irgendwelche Wurzeln, die hier schon durchs Mauerwerk kommen. Äh, plötzlich ist es dunkel. Hallo. Was ist das jetzt für Einer? Und dann noch so Felge um die Ecke stehen. Okay, da läuft ein Gandalf rum. Ich vermute mal fast, dass da der offizielle Weg ist. Da ist noch ein Gandalf. Okay. Das war's. Noch ein anderer Rohstoff. Was macht das? Okay, Stand jetzt kommen wir scheinbar hier nicht rein. Ich würde fast vermuten von der anderen Seite. Ich habe jetzt überlegt, ob ich mich doch nicht heilen soll, aber andererseits, der Gegner steht mit dem Rücken zu uns, theoretisch. Und tatsächlich merke ich jetzt erst, wenn beim Gegner die blaue Leiste voll ist, dass der dann quasi unfähig ist, weiterzumachen erst mal. Ich sag mal, betäubt ist. Lass deine scheiß magische Kugel. Ich frage mich, ob ich mich irgendwie an einen erst mal anschleichen kann, damit ich nicht beide gleichzeitig attackieren muss. Ich frage mich, ob ich mich nett, dass du hier gewartet hast, mein Freund. Auf jeden Fall war das wieder so ein Spezial-Nugget oder was da stand. Wird aber noch nicht reichen, um unsere Waffe noch weiter aufzuleveln. Wird die Von oben, na klar. Äh? Ist er weggelauncht, oder wird? Ah, das ist wieder ein Punkt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ähm. Okay. Okay. Okay, das kann natürlich echt hier auch in der Hose gehen. Indem man dann hier runterfällt irgendwie. Aber wir könnten jetzt hier runterspringen. Trinkt uns wahrscheinlich erstmal nichts außer vielleicht noch extra Loot. Okay. Okay. Ein Schlüssel. Oh, hier muss ich aufpassen. Oh, hier muss ich aufpassen. Oh, ich muss mich heilen. Nein. Mist, ey. Das ist richtiger Rutz jetzt. Kacke. Kacke. Oh, oh, hey, 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 hey. Hey, 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 hey Nein Oh, genau das habe ich gemeint Oh Mann, ey Scheiße Kann ich irgendwie abkürzen? Nein, oder? Nein Das war's. Das war's. So, irgendwie muss ich mir noch was für den oben überlegen. Hm. 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 Zum Beispiel das. Das war's. 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 Das war's.